Hallo und Hallöchen und Willkommen zu Limbo. Mann, Mann, Mann. So, mein PC ist wieder neu aufgepimpt. Was ist hier wieder? Oh, verdammt. Ich muss die Kiste mitnehmen. Oh mein Gott. So. Ich wollte sagen, mein PC ist aufgepimpt und deswegen kann ich jetzt wunderbar wieder alles aufnehmen. Den Spielstand habe ich wieder importiert. Ich habe ein kleines Problem hier und ich nehme jetzt mit DxTory auf. Ein wundergeiles Programm. Aber ich sehe leider die Framerzahl, das heißt auch, ob ich aufnehme oder nicht. Nicht, oh nein, 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 ich bin ein Idiot. Oh, hoffentlich klappt das. Hahaha. Deswegen muss ich jetzt annehmen, dass ich aufnehme. Also ich muss annehmen, dass ich aufnehme. Ha, ha, verstanden? So. Hoppa. Die Kiste ist nur da, damit ich da die Leiter hochkomme. So. Was ich sagen wollte, ich nehme jetzt mit DxTory auf und rendere mit Adobe Premiere Pro. Was sehr leicht von der Hand geht. Also sehr schön. Gefällt mir. Aber leider sehe ich jetzt in Limbo nicht, ob die Aufnahme läuft oder nicht. Deswegen nehme ich an, dass ich gerade nicht umsonst aufnehme oder eben nicht aufnehme. Ja, was soll's. So. Die Zeitanzahl habe ich ja hier stehen. So. Lauf um dein Leben in Limbo, Kind. Lauf. Lauf für dein Geld. Oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Batman. Wow. So. Du, 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 du 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 du. So hoppa. So, die Kiste geht unter. Nimm irgendwas für sie. Hier hinstellen. Kein Problem. Go! Die schwimmt nur ganz leicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. So, weiter war ich noch nicht. Super, Mann. Zwei Minuten gebraucht, um diesen Punkt wieder zu erreichen. Au! Hoppa. So. Du, 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 du. Du hast das Gefühl, wenn ich hier drauf springe? Du kackst das weg. Habe ich da recht. Nein! Wo fährt denn das Wasser jetzt hin? Füllt sich jetzt hier irgendwas? Bestimmt nicht. Haha, doch. Oh, doch. Oh, doch. Ich habe, glaube ich, so lange gebraucht. Au! Oh, oh. Ha, 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 ha. Ah, ich hoffe, da ist eine Speicherung vorher. So. Ja, nice. Ah, wow. Nice, so. Jetzt holen wir uns einen komischen Ball hier. Den wir bestimmt irgendwas anfangen können. Humpa! Na, komm. Noch ein Stück. So. Dankeschön. Ach, das ist da unten angekettet. Wie ist denn das jetzt? Ah! Ha! Ach, der hätte jetzt wahrscheinlich... Hm, was soll's. Roling! 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 Okay. Dann mache ich ihn gleich oben zu. Vielleicht hilft das ja was. Oh, oh, das ist zu weit Immerhin sehen wir jetzt, wie es da unten aussieht Sehr schön übrigens, gut eingerichtet So, schön, wunderbar BAM Ich habe dich Jump, 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 jump Bitte, jump Bitte, jump, 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 jump Schön Schön gemacht Nein, 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 geh rauf Oh, 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 oh nein Oh Wieder Oh, ich glaube, ich habe es jetzt, wie es funktionieren soll Die Umsetzung hapert Ist aber auch alles Oh, ich glaube, ich muss mich da nicht draufstellen Ich glaube, das muss von unten, das irgendwann hochkicken Also rolle ich das da hin und renne dann zur Leiter links Ja, gotcha So Hüpf, 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 hüpf Ja, nice Zack Roll Reicht das? Es rollt schon Reicht nicht Moment, renn Renn Wer ist meinst du denn das Leben? Au So Der Luftballon hebt jetzt das Ding hoch Garantiert Haha Das ist ein Luftballon, richtig? Hieb es! I believe I can float Na 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 haha das funktioniert ja ich bin üben Gotten Überrascht ja epische pause sucht Weise Nein safe Ich bin safe Nice Da ist ein hebel da ist ein awlich hätte den hebel nicht so ein Rennen, Limbo-Man Au Oh, wie langweilig Schwimmen Das habe ich schon so oft gefällt, ich könnte jetzt eigentlich mal schwimmen gelernt haben Rennen, Limbo-Man So, ich habe das eben ja schon versucht Aber Es hat nicht so geklappt, wie geplant Vielleicht muss ich Anlauf nehmen Nein Es klappt einfach nicht Haha, oder Ich glaube, ich habe es Ich muss das einmal anheben Damit der Wasserpegel sich füllt So Und sobald das hoch genug ist Jetzt Möchtest du aber wieder zu Dann ist es wieder weiter unten Rätsel gelöst Gotcha Hoppa Und Hoppa Hier läuft es bestimmt genauso Oh Okay Könnte ich stundenlang machen So Soll ich das so lassen? Safe No problemo No problemo Hier geht es irgendwie wie der Würmer Ha Sieg Ah, cool Und Heppah Oh nein Oh nein Kann ich hier lang gehen? Nein Für den Rekord Nein Nochmal Zack Dann muss ich mir den Parasiten da abholen Hoppa Kein Problem Kein Problem Nein, 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 nein Das ist der falsche Weg Das ist so der falsche Weg Rennt er immer in die Richtung Die er möchte Oder kann ich ihn Verarschen So Wenn ich mich jetzt nämlich Ach Vielleicht hätte ich die Kiste ziehen müssen Die kann man bestimmt ziehen Ich zieh mal die Kiste Gönne ich mir No, 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 no Jerry, no Noch fünfmal Das hätte ich gern zum Mitnehmen Komm schon Schleich dich an Schleich dich an Kleiner, kleiner Limbo, Mann Was kommt da von oben runter? Nein Nimm die Kiste mit Oh Na gut Dann renn halt Hoppa Auf ein neues So, jetzt Gleich hab ich's Gleich hab ich's Naja Naja Noch ein Stück Noch ein Stück Noch ein Stück Zieh Zieh und renn Sieg Jetzt Weiß ich nicht Ob ich die Kiste runderschmeißen soll Ach nein Nein Ich brauch die Ich got it Ich got it Ja, komm Ja, hopp Und zum Licht Ins Licht Und in die andere Richtung Ja, nice Hoppa So So Ich weiß nicht, ob ich hoch soll Soll ich hoch? Ich guck mal nach, was oben ist Hm Das sind Stacheln Haha Aber da komm ich nicht hoch Okay, dann geh ich wieder runter So Hopp Du-du-du-du-du-du-du Yay Vibriere Ah ja Jetzt will er umdrehen Ja, nice Jetzt hab ich hier grad Wasser in Gang gesetzt Haha Haha Rennen So Jetzt rennen wir aber nach links gleich Will ich das? Vermutlich So Zurück zum Licht Hoppa Du-du-du-du-du-du-du Geronimo Hoppa Es steigt Haha No, 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 no Hätte ich das da unten ziehen müssen? Kommt das jetzt? Das flutscht da bestimmt gleich raus Ja Ja I knew it I knew it So Jetzt No, 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 no Oh Was ist das für ne Flüssigkeit? Haha 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 So Hopp Na immerhin hab ich's jetzt verstanden Hat ja nicht viel mit können zu tun Also das zu verstehen Haha So Ich muss einen kleinen Schnitt machen Wir sehen uns in der nächsten Folge Oben Und jetzt den Link in der nächsten Folge drauf Klebt mal und gucken was denn dann Tschüssikowski Und hier